Hi, willkommen zu einem neuen Video. Heute seht ihr tatsächlich an mir Make-up. Ich habe mir einen Lidschatten bestellt, und zwar so einen flüssigen. Dann einfach noch ein Lipgloss, der hoffentlich dazu passt. Bin mir nicht sicher, die Farbe sieht irgendwie ganz anders aus als auf dem Bild. Oder ich habe es falsch abgeschätzt. Und noch so ein Lipgloss einfach so, den fand ich ganz gut. Ja, und diesen Liquid Eyeshadow, den wollte ich unbedingt ausprobieren, weil ich mir dachte, okay, vielleicht ist das tatsächlich was für dich, weil das dann schnell geht. Oder ich stelle mir vor, dass es schnell geht. Weil der Hauptteil an dem Make-up stört mich immer. Es ist zeitaufwendig, und ich habe keine Bock, es abzuschminken, und deshalb schminke ich mich nicht. Und ich kann es nicht. Deshalb bin ich mal echt gespannt, wie das gleich aussieht. Ich bin morgen auf Kaffeekuchen eingeladen und dachte mir, mach es dich mal ein bisschen hübsch. Wenn du es eh schon bestellt hast, dann kannst du schon mal so einen Probelauf machen vor Weihnachten. Kannst du schon mal ein bisschen üben. Und heute ist quasi der Probelauf vor Kaffee und Kuchen. Ich bin da auf dem Weihnachtsmarkt mit einer Freundin und habe mir gerade spontan am Telefon entschieden. Und dann dachte ich mir, komm, es ist gerade ruhig. Wir haben Samstag. Du bist gerade von der Arbeit zurückgekommen. Familie ist noch nicht wach. Bis auf meine Mom. Und dann kannst du sie jetzt eben austesten. Eigentlich wollte ich das gestern schon ausprobieren, aber da war es mir zu laut im Haushalt. Jetzt machen wir das. Dann kann ich das sogar noch zum Weihnachtsmarkt tragen, wenn es gut aussieht. Und schmink es nicht direkt wieder ab. Ja, dann morgen noch austesten, weil wir machen das so an den Weihnachtsfeiertagen, wenn wir zusammensitzen. Wir machen uns tatsächlich noch so ein bisschen schick. Also nicht übertrieben mäßig, aber wir machen uns tatsächlich an Weihnachten immer schick. Okay. Und jetzt habe ich wieder total gelabert. Lass uns einfach beginnen. Das hier ist der Lidschatel. Der ist bronze. Ich dachte eigentlich, das wäre so mehr ein Pinkton. Deshalb bin ich gleich mal gespannt, wie das aussieht. Das ist die Farbe Big Dipper Dipper. Ich bin... Dipper glaube ich nicht, dass wir winzeln. Big Dipper. Und ja, das ist dann der Liquid Metallic Eyeshadow. Von L. Dann wollen wir mal gucken. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt auftragen soll. Ich glaube, ich stelle mir das einfacher vor, als es ist. Wir nehmen wir erst ganz, ganz wenig, weil ich das überhaupt nicht einschätzen kann. Ich habe sowas noch nie benutzt. Also noch nie in Liquid Form. Aber ich habe natürlich auch keinen Spiegel dabei. Ich habe nicht daran gedacht. Ich glaube, ich mache das erst auf den Finger. Ich bin recht zu nachen. Ich mache erst mal nur so ein ganz kleines bisschen auf, dass einige was eins... Okay, so ein bisschen reicht auch. Voll professionell hier. Wenn ich nur so wenig nehme, ist das die Farbe nicht so krass. Die Gesichter, die wir immer dabei sehen. Junge, Junge, ich sehe mich gerade. Nicht schön. So. Ich muss gleich mal im Badezimmer gucken, wie das aussieht. Ob ich das drauf lassen kann oder nicht. Ich sehe das hier tatsächlich nicht. Ich bin voll vorbereitet. Oh, man sieht so ein bisschen schimmer. Auf der anderen Seite. Mal, 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 links. Mal, mal, links. Fühlt sich quasi so an, als ob ich mir einfach Creme aufs Lied schmiere, aufs Augenlid schmiere. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen wie... Oh, ich hoffe, das sieht gut aus. Oh, ich glaube, auf Kamera sieht man das nicht. So, so leichter Schimmel. Müsste ich eigentlich Mascara drauf machen, ne? Rate mal, wer keine Mascara mehr nach oben gebracht hat. So, reicht. So, dann haben wir noch den Lipgloss. Das ist der Elf Lip Plumbing Gloss in Pink Paloma. 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 Okay, Farbe sieht man da jetzt so nicht. So leicht pink. Oh, da ist Fäfferminzöl oder sowas drin. Oh, das brennt leicht. Ja, deshalb blammig. Gar mit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, das ist ungewohnt. Schmeckt auch widerlich. Schmeckt nicht mal nach Fäfferminze. Ist einfach nur eklig. Schade, ich mag das ja, wenn die nicht ganz so... Ich meine, essen tut man es ja nicht, aber man kriegt es doch irgendwie immer in den Mund. Deshalb, also da ist der besser. Den finde ich echt süß. Ist einfach so ein Lipgloss und der riecht nach Melone. Ich finde auch diesen Applikator auch mal ganz cool. Ich mag den tatsächlich sehr gerne. Ja. Juicy Glass, auch von Elf. Jelly Pop. Jelly Pop. Wir tun die Lippen weh. Das ist irgendwie... Also ich hatte schon mal so was mit Pfefferminze, damit die Lippen so ein bisschen größer sind. Den fand ich aber tatsächlich ganz gut. Der hat auch nach Minze so ein bisschen... Also gehochen und geschmeckt quasi. Aber... Weiß nicht. Ich kann nicht mal beurteilen, ob das jetzt gut aussieht, weil man es einfach nicht sieht auf dem Kamera. Und ich habe keinen Spiegel hier. Keine Ahnung. Das muss ich mir gleich unten angucken. Ich glaube, ich mache damit bald ein Mouth-Sounds-Video mit dem hier. Der ist cute. Der ist cute. Ich habe im Moment keine Fingernägel. Deshalb kann ich hier jetzt nicht irgendwie so coole Dämmingsounds noch mit den anderen Produkten machen. Ja, wir sind im Moment einfach nicht da. Gib mir noch ein bisschen. Ich war gestern ja beim Friseur, hatte ich erwähnt. Achso, die sind leicht wettig. Nicht wundern, heute ist Ess-Wasch-Tag. Ich werde die heute Abend erst waschen, weil ich auf dem Weihnachtsmarkt bin. Dann drücke ich in die Mütze und dann sieht das keiner. Dann muss ich mich jetzt nicht noch abhetzen. Ich trockne meine Haare auch nur in der Luft. Ich föhne die nicht. Und das ist ein sehr scheiß Wetter. Deshalb könnt ihr das jetzt nicht so beurteilen. Die Versuche sieht man leider nicht. Und ich habe nicht nur den Spiegel und Muscara vergessen, sondern auch eine Haarpostümmel hochzubringen. Ja, die sind ein Stück ab. Also ein Stückchen noch. Und dann habe ich hier diese, was hat sie gesagt? Wie heißt das jetzt? Curtain Banks. Das nennt man jetzt Curtain Banks. Habe ich mir nochmal neu schneiden lassen. Und so ein bisschen. Dann hat sie mir generell noch so ein bisschen das Franziger irgendwie gemacht. Ich kenne mich da mit der nicht aus. Sieht ganz süß aus. Ich finde das aber sieht ohne Brille einfach besser aus. Ich werde, glaube ich, nicht damit klarkommen, dass ich eine Brille tragen muss. Ich finde, mir stehen einfach keine. Guck mal, das macht die ganze Look einfach voll kaputt. Ja, vielleicht auch, weil die so riesig ist. Aber ich habe so ein dünnes Gesicht. Ich finde einfach keine Brillengestelle, die wirklich passen und die mir dann gefallen. So finde ich, dass sie das viel schöner ist. Und, naja. Ich kann die auch noch schön hochstecken und zusammen machen. Dann habe ich hier so ein bisschen den Pony quasi noch. Finde ich ganz süß. Und deshalb, ich bin zufrieden. Jetzt muss ich die bald mal wieder färben. So, das war es auch schon wieder mit dem Video. Die Produkte, die ich benutzt habe, verlinke ich euch unten, unten. Daumen blau, daumen blau, daumen blau, daumen blau, daumen blau, daumen blau, daumen blau. Falls sie euch interessieren. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao.